Ich komme nun zum größten Drama meines Lebens. 1827 kam ein englisches Theater nach Paris, um dort die Stücke von Shakespeare zu spielen. Ich wohnte der ersten Aufführung des Hamlet im Odeon bei. In der Rolle der Ophelia sah ich Harriet Smithson. Die Wirkung ihres außergewöhnlichen Talents oder vielmehr ihres dramatischen Genies auf meine Fantasie und auf mein Herz lässt sich nur mit der Erschütterung vergleichen, die mir der Dichter verursachte, dessen würdige Interpretin sie war. Als erstes muss man die Sinfonie in ihrem Kontext verstehen. Frankreich hat vor der Revolution 1300 Jahre Monarchie erlebt, Alleinherrschaft. Es gab also nur die Macht der Könige und die Macht der Kirche. Und alle Komponisten schrieben Soli Deo Gloria, zu Ehren Gottes, der Könige oder der Herrscher. Und dann kam die französische Revolution und hat alles zerstört. Später folgte Napoleon in all seiner Größe und am Ende all seinem Unheil. Eine ganze Generation von Franzosen, geboren in den Trümmern der Revolution, findet sich wieder ohne Vergangenheit und ohne erkennbare Zukunft. Die Napoleon-Napoléonien, all d'un coup, se retrouve sans passé et sans futur. Es gibt Komponisten wie Bruckner in Österreich oder César Franck in Frankreich, die Musik als absolute Sprache sehen. Und auf der anderen Seite ein Beethoven, der in seiner neunten Sinfonie Text und Solisten und einen Chor verwendet hat. Es gibt also nicht nur eine musikalische, sondern auch eine theatrale Dramaturgie. Und Berlioz sagt sich, warum nicht noch weitergehen? Und so geht er von einer literarischen Idee aus und setzt diese in Musik um. Man kann sogar sagen, er setzt seine eigene Geschichte in Musik um. Berlioz hat mit 28 Jahren das Thema der Idee fix erfunden. Ausgehend von seiner Geschichte, also der unerreichbaren und idealisierten Geliebten, die sich im letzten Satz um Hexensabbat, offensichtlich in eine Hexe verwandelt, wird diese Idee fix das ganze Werk durchschreiben. Die meisten Instrumente des Orchesters werden dieses Motiv irgendwann erklingen lassen. Das ist eine absolute Neuigkeit, die das ganze Werk musikalisch vereint. Die Idee fix ist nicht nur der Name des Hundes von Asterix. Aber warum ist er so genannt? Weil Idee fix ist diese Obsession. Idee fix, die ist diese Geliebte, ist immer, immer da. Und vor dem Guillotine sieht er im Traum seine Geliebte, dann Guillotine, dann werden sie hören, den Kopf, jam, pom, pom. Zu seiner Zeit haben viele Komponisten ein sehr ausgeprägtes Bewusstsein für die Orchestrierung entwickelt. Für das Orchester als Ganzes. Berlioz hingegen wird ein Traktat über die Instrumentation schreiben. Das bedeutet, dass jedes Instrument durch sein Tambre, seine Farbe, seine Textur einen ganz eigenen Charakter bekommt. Und wie ein Alchemist lässt er diese unterschiedlichen Charaktere mal alleine erklingen? Oder aber vermischt sie auf eine Art und Weise, dass man manchmal gar nicht mehr weiß, wer da zu hören ist? Es fehlt ein Puls, also Tuba und Pauken. Und dann noch eine andere Farbe, also die obsessive Kontrabässe. Dann, man muss Kontrast haben, ein bisschen mehr Adrenalin und Kaffeein haben. Also die Triolen, Bratschen und Celli. Es fehlt noch etwas. Man kann einen Kampf zwischen 1. und 2. Geigen haben. Die spielen fünf Noten, fünf Noten, fünf Noten, wie Boxing. Er benutzt eine außergewöhnliche harmonische Sprache. Für die Musikprofessoren seiner Zeit und selbst für heutige Verhältnisse gab und gibt es Dinge, die absolut verboten sind. Oktavparallelen, doppelter Verleitung. Aber Berlioz stürzt sich in das Unerlaubte. Jetzt werden wir... tutti... Nicht, weil er die Regeln ignoriert. Im Gegenteil. Aber gerade weil es verboten ist, möchte er davon profitieren. Deshalb gibt es den Tritonus. Deshalb gibt es immer wieder diese furchterregenden Intervalle. Deshalb gibt es diese rhythmische Struktur im Sechs-Achtel-Takt. Er muss das in einen Dreiviertel-Takt aufspringen. Damit man verloren ist. Verloren wie der Komponist. Der Held. Verloren in dieser überschäumenden Liebe. Ich weiß nicht, ob es Liebe ist. Es ist eher eine Fantasie. Wir wissen von seiner Begierde für die junge Schauspielerin im realen Leben. Und schließlich haben sie sogar einige Jahre später geheiratet. Aber die Ehe war unglücklich und konnte dieser Vision nicht entsprechen. Aber das ist nicht wichtig für uns. Für uns zählt diese Projektion des idealen Wesens, des geliebten Wesens, des zerstörten Wesens. Berlioz hatte Recht, als er am Ende seines Lebens sagte, man solle aufhören, seinen Programmtext wie ein Opernlibretto zu lesen. Die Kraft und die Präzision der Musik muss ausreichen, um in jedem seine eigene Geschichte entstehen zu lassen. Der missglückte Selbstmord, verwandelt in Halluzinationen durch eine Überdosis an Drogen, taucht an verschiedenen Stellen auf. Ich stelle mir gern vor, dass dies ganz am Anfang in der Einleitung geschieht. Und somit die ganze Sinfonie einer Vision ist eine Halluzination. Eine Vision, eine Halluzination, alles. 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 Vielen Dank.